Wie oft hast du deine Unternehmensgeschichte schon erzählt? Von erreichten Umsatzzielen, ersten Mitarbeitern, nächtelanger Arbeit, Herausforderungen, Rückschlägen, Erfahrungen, Erfolg, der einen Idee. Mit jedem Kapitel deiner Geschichte bist du gewachsen und zum Experten auf deinem Gebiet geworden. Du bist auf dem Weg zur Marktführerschaft, aber wie kommst du nach ganz oben? Eine neue Website? Mehr Events, Reports oder Ads? Nein, denk langfristig. Werde für deine Zielgruppe der Experte für dein Angebot. Mit einem eigenen Buch. So erreichst du dauerhafte Sichtbarkeit am Markt, online und offline. Begeisterte Leser ziehen Mehrwert aus deinem Buch und werden zu Kunden. Aber woher nimmst du die Zeit? Und überhaupt, wie schreibt man so, dass es bei der Zielgruppe richtig einschlägt? Dafür brauchst du einen erfahrenen Ghostwriter. Wie Konstantin Riffler. Er hat schon für die renommiertesten Zeitungen weltweit gearbeitet und seit Jahren schreiben, designen, veröffentlichen und vermarkten Konstantin und sein Team die Bücher der Top-Coaches, Berater und Agenturen am Markt. Und du? Bist du schon bereit für dein eigenes Expertenbuch? Das klären wir in einem kostenlosen Erstgespräch. Buche dir jetzt einen Termin online. ARD Text im Auftrag von funk ARD Text im Auftrag von funk ARD Text im Auftrag von funk